Es hat es sicher nicht erschaffen, um die Lust des Seins in vollen Zügen auszukosten. Denn im Wirklichen zu sein und dessen Lust auszukosten, dafür ist man besser nicht mehr Bewusstsein ausgestattet, sondern liegt faul wie der Löwe in der Savanne. Aber auch bei Ameisen fragt man sich, warum sie so viel schuften sollen. Für immer nur eine Königin, die auch nur so viel schuften soll, für immer nur einen neuen Staat.